Parodontitis ist eine ernste Erkrankung des Zahnfleisches, die unbehandelt zu schwerwiegenden Komplikationen F1⁄4 rennen kann. Es ist wichtig, diese Erkrankung fra 1⁄4 zeitig zu behandeln, um Schaden an Z-Aninen und dem umliegenden Gewebe zu vermeiden. Doch viele Menschen sind besorgt A1⁄4 BER die Kosten einer Parodontitis-Behandlung. In diesem Video werden wir nachher darauf eingehen, wie hoch die Kosten F1⁄4R die Behandlung einer Parodontitis tatsächlich sind. Die Kosten F1⁄4R die Behandlung einer Parodontitis kann ihn je nach Schweregrad der Erkrankung und den individuellen BD-Einviertlerfnissen des Patienten variieren. In der Regel umfassen die Kosten F1⁄4R die Behandlung einer Parodontitis folgende Leistungen. 1. Diagnose, um eine Parodontitis erfolgreich behandeln zu karnähen, ist eine genaue Diagnose der Erkrankung erforderlich. Dies beinhaltet in der Regel eine GAA-1-viertländliche Untersuchung des Zahnfleisches, rar entgehen Aufnahmen und maglicherweise eine genetische Testung. 2. Professionelle Zahnreinigung Eine professionelle Zahnreinigung ist ein wichtiger Bestandteil der Parodontitis-Behandlung. Hierbei werden Zahnbillage und Zahnstein entfernt, um Enzereinviertelendungen im Zahnfleisch zu reduzieren. 3. Parodontaltherapie Die eigentliche Behandlung der Parodontitis besteht in der Entfernung von Bakterien und Enzereinviertelendungen aus den Zahnfleischtaschen. Dies kann durch verschiedene Verfahren wie Skilling und Rootplaning erfolgen. 4. Chirurgische Eingriffe In schweren FA-Lenn von Parodontitis kann ein chirurgischer Eingriff erforderlich sein, um stark geschadigtes Gewebe zu entfernen und den Knochen zu regenerieren. Die Kosten FA-1-viertel-R die Behandlung einer Parodontitis kann ihn je nach Art und Umfang der Durchgefahr-1-viertel-Atmeinnahmen variieren. In der Regel liegen die Kosten FA-1-viertel-R eine Parodontitis-Behandlung im Bereich von einigen hundert bis zu mehreren tausend Euro. Es ist wichtig zu beachten, dass die Behandlung einer Parodontitis in den meisten FA-Lenn von der Krankenkasse teilweise oder vollsterendig A-1-viertel benommen wird. Viele Zahnerärzte bieten auch Zahlungsplane und Finanzierungsmöglichkeiten an, um die Kosten FA-1-viertel-R die Behandlung einer Parodontitis FA-1-viertel-R ihre Patienten erschwinglich zu machen. Es ist wichtig, eine Parodontitis-FRA-1-viertel-Zeitig zu behandeln, um schwerwiegende Komplikationen zu vermeiden. Wenn Sie Anzeichen einer Parodontitis wie Zahnfleischbloten, Schwellungen oder Zahnlockerung bemerken, suchen Sie umgehend einen Zahnarzt auf. Je FA-1-viertel-R die Behandlung begonnen wird, desto besser sind die Chancen auf eine erfolgreiche Genesung. Insgesamt sind die Kosten FA-1-viertel-R die Behandlung einer Parodontitis zwar nicht unerheblich, jedoch gibt es Magglichkeiten, um diese Kosten zu minimieren und die Behandlung FA-1-viertel-R Patienten erschwinglich zu machen. Denken Sie daran, dass die Gesundheit Ihrer Zahnarzt und Ihres Zahnfleisches unbezahlbar ist und investieren Sie in eine professionelle Parodontitis-Behandlung, um langfristige Schaden zu vermeiden. Zahnarzt Zahnarzt